. . . . Oh, ein mittelalter Weihnachtsmarkt. Hier sind ja viele Holzstücke und die Feuerstelle ist auch leer. Hier, euer Gaukeler Flohbold, direkt berichtet vom heißen Maroni Mittelaltermarkt. Da stehen die Körbe und die Käfige. Die Käfige sind noch leer, sind noch nicht viele Kinder. Oh, was sehen wir denn hier? Da ist ja der Maroni Schnipsler. Guten Tag, Herr Maroni Schnipsler. Seid gegrüßt. Ihr habt ja noch einen ganzen Sack vor euch. Mächtig viel Holz verhütet. Tonnen, Tonnen von Maroni. Was ist da drin? Oh, da ist nichts als nur der Müll. Sie werden schön eingeschnitzt. In Kreuzform nehme ich an. Ja. Da im Mittelalter ja alles in Kreuzform gewesen. Kreuzweise, Kreuzigung. Das reicht auch für alles. Das reicht auch für alles. Das hätte ich ja nicht gedacht irgendwie. Ja, was gibt's denn hier eigentlich alles? Guaraner Wein, Guaraner Rote Eekse, Rote Eekse. Absinth, Absinth. Ah, ja. Das ist das mit Methanol, das blind macht. Wer Mut hat, der solle das trinken. Ja, genau. Nun gut. Dann werde ich mal ein bisschen weiter schreiten. Mal schauen, was es hier noch alles gibt. Tschüss, auf bald. So. Jetzt gehen wir mal los hier. Oh, hi, da ist ja einer. Ist das der Flubriss? Ja, ich bin's. Wie hast du mich erkannt so schnell? An der Mütze. An der Mütze? Und an der Hose habe ich's erkannt. Ah, an der Hose. Ja, dann werde ich mal weiter schreiten. Oh, da, da macht jemand Feuer. Da sehe ich's ja gerade. Hier werden die kleinen Sachen aufgescheucht. Ah, das ist ja wunderschön, wie du das Holz hier aufschichtest. Das machst du so behutsam und so mit Holzsorgfalt. Und mit Liebe, ah, mit Liebe, die jeden einzelnen Scheid auf Scheid auf Scheid. Wenn das Feuer nicht wert, ist die Wärme nicht wert. Welch weiser Spruch, weiser Spruch. Da muss ich ja direkt mal zur Seife, ob ich noch ganz sauber bin. Mal schauen. Ah, tschüss, tschüss, bis bald. Tschüss. Oh, jetzt geht's mal weiter hier zur Seife. Mal schauen, was die Seifensiederin... Oh, da ist ja auch bereits Kundschaft. Oh, ja. Seid gegrüßt, werte Seifensiederin. Seid gegrüßt. Was treibt euch hier bei dieser Kälte noch aus dem Waschzuber, wo ihr euch doch eigentlich mit Seife einreiben wolltet den ganzen Tag? Habt ihr mich noch nicht gesehen? Der ist letzte Woche hier live. Ja, ja. Das war letzte Woche. Dann hatte ich plötzlich eine Melone auf von irgendeinem Typ in Schwarz aus Tschechien. Ich glaub, Pantau hieß der. Und dann hab ich... Auf einmal war ich kleiner. Und jetzt seh ich so aus, so mit meinen Kulleraugen, mit meiner krummen Nase. Sehr lieb. Ja. Hallo. Ja, das war eine merkwürdige Geschichte. Und ihr sorgt dafür, dass alle Marktleute auch immer schön sauber sind. Ist das richtig? Ja, ich wasch die alle. Ah, ja. Wascht ihr denen auch die Ohren? Ne, die hören ja sowieso nicht. Ach so. Auch die Köpfe? Köpfe, meine ich brauche. Ja, auf der Fahrseite. Ah, ja. Wascht ihr denen auch die Nasenflügel? Selten, selten. Da lassen die sich gar nicht gerne anziehen. Zum Beispiel. Ach so. Ja, ja. Ich könnte mir natürlich auch mal die Nasenflügel waschen. Aber... Ja, das ist aber ein bisschen eine Rübennase. Aber... Na gut. Das passiert manchmal. Nun gut. Dann werde ich mal weiter schreiten. Mal schauen, was es sonst noch alles gibt hier auf dem Mittelalterweihnachtsmarkt in Pforzheim. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's mal weiter. So. Oh, was ist da? Oh, ein leerer Stand. Ein Leerstand. Ein Leerstandseigentümer. Da muss ja irgendwo der Timo sein. Das war der Timo. Der schwingt wahrscheinlich seinen Beil. Und jetzt mal weiter gucken. Oh, ja. So viel. So viel warme Sachen. Die braucht man natürlich zum Anziehen hier. Oh, da ist er ja. Da ist er ja. Die Weike. Hier. Einen wunderschönen Waffelstand. Oh, und da haben sie auch schon viel Pulver. Ja. Ich bin der Flohbold. Letzte Woche war ich noch groß, aber jetzt habe ich irgendwie Pantaus Melonen erwischt und hab dann wupp und auf einmal war ich klein. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Ganze passiert ist, aber irgendwie so in der Art. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, komm vorbei. Bekommt ihr eine Drachenwaffel? Äh, ja. Also ich esse eigentlich nur Fussel. Mein Sohn ist vielleicht eine Drachenwaffel. Müssen wir mal gucken. Ja. Oh, ja. Dann können wir mal schauen, wie der Drach... Was? Ja. Braucht ihr gleich eine Waffel? Ah. Ja. Ich brauche mehr Waffel. Hier an der Rutsche. Oh. Na gut. Achtung an der Rutsche. Aufgepasst. Oh. Jesus Gott. Da kam sie ja mit voll Karacho hinaus. Da muss ich ja richtig in Deckung gehen, dass ich nicht einen an die Waffel kriege. Herrlich. Wundervoll. Jedes Kämmerchen gefüllt mit Schokolade. Und dies Silas. Oh. Ja. Ich nehme mal deine Drachenwaffel. Hier. Oh. Ein wunderschönes. Herrlich. Das ist ja ein herrliches Präsent. Mhhh. Oh. Da würde ich ja am liebsten auch noch mal reinbeißen. Ja. Und ein kleines Probierle kann man ja mal versuchen. Ja. Dann vielen Dank. Und nun werden wir mal ein bisschen weiter rumschlendern. Viel Spaß. Dankeschön. Oh. Ja. Was gibt es denn hier noch alles? Ah. Die Schupfnudelmaid. Ja. Seid gegrüßt. Was brutzelt ihr denn heute hier? Ah. Kartoffeln. Ja. Der Kartoffel. Den kenne ich auch. Und den Champignon. Das ist aus China kommt der. Der Champignon. Champignon. Nein. Das war aus Gerea. Ah. Und herrlich frisches Grün. Und was gibt es hier? Oh. Die herrlichen Schupfnudeln. Direkt im Schaufenster. Mhhh. Das ist ja wirklich wahrhaftig. Ein großer Gaumenschmaus. Da komme ich doch gerne mal wieder her. Ja. Auf bald. Tschüss. Oh. Und hier. Oh. Was haben wir da? Da noch. Ah. Da. Da sind die leckeren Dünnele. Auch hier unter der Verglasung. Ja. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ich wollte hier einmal anklopfen und mal schauen, was es denn heute zum Mittagessen bei euch gibt. Ich habe so leckere Teigfladen hier. Dünne dünne. Äh. Fleiktaden? Fleiktaden. Genau. Fleiktaden. Äh. Fleiktaden. Und was machen die, wenn sie... Fladen die auch so wie die von den Kühen? Ja. Ich denke mal. Achso. Also sind es aber keine Kuhfladen, die sind schon auch von Menschen gemacht? Ne. Die sind von Menschen gemacht. Das machen wir. Achso. Und dann macht ihr das da oben in eurer Backstube? Ja. Ganz genau. Ah. Da ist ja jetzt gerade niemand drin. Ist wahrscheinlich auch noch nicht so viel los. Die kommen immer erst abends, die Pforzheimer aus ihren kleinen Kojen. Ja. Aus den Löchern krabbeln sie gar nicht. Ah ja. Das ist sehr interessant. Vor 8 Uhr. Ah. Und was isst du jetzt da gerade ein leckeres? Eine leckere Gemüsesuche vom Rutsbraten. Mh. Wundervoll. Und zwar in einem kompostierbaren Schale. Das gibt es nicht allzu oft. Die wollen sie auch immer ganz schnell wieder zurückflaschen. Achso. Ja. Na gut. Damit es hier nicht aufweicht. Nehme ich mal an. Ja. Ich. Ja. Dann genießt eure Pause und lasst es euch gut schmecken. Und lauft euch nicht ein Wolf, sonst seht ihr bald mal so aus. Hier. Oh ja. Da ist er ja. Ja. Schön. Ja. Mh. Auch eine leckere Suppe. Da muss ich doch direkt mal rein filmen in diese leckere Suppe. Mh. 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 Und auf einmal war ich klein und dann, ja, jetzt renne ich halt hier so rum. Na gut, dann bis später, auf bald. Oh, da bist du ja. Ah, und da ist ja auch unser stellvertretender Marktmeister. Ja, da stehen sie auch direkt an der Taverne. Ah, einen wunderschönen guten Tag, ja. Heute hier, ich mache hier Mittelaltermarkt Pforzheim TV und wollte einmal berichten, was ist hier alles zu trinken und zu essen und zu spielen und zu machen. Und zu lachen gibt. Ja, hier, Getränke. Getränke haben wir heute nur Weiberwasser. Weiberwasser? Ja. Was ist das? Das ist, äh... Gänsewein? Nein, das ist Wasser ohne Strudel. Ah, okay, also Waschwasser. Das aus der Toilette? Nein, Toilette ist das dann doch nicht. Ah, ja. Da haben wir unten so einen Eimer, da schütten wir immer alles rein, was man nicht gebrauchen kann. Ah, das sieht gut aus, ja. Ja, ich hoffe jetzt, der BKD sieht nie diesen Film. Aber das ist ja hier alles ordentlich, ne? Oh, ist ja sogar ein Flohbord direkt an der Laterne. Hat auch einen an der Klatsche. Und das Beste ist, was nur die Leute sehen, die auch mal wirklich einen Hippokras trinken oder was ähnliches, die sehen dann die wunderschöne Höhlenmalerei hier oben drin. Ja, und das bleibt den meisten aber dann doch verborgen. Aber manche sehen das dann doch. Ja, und danke schön, Richard, für die gute Auskunft. Und danke schön für... Ich werde jetzt noch einmal ein bisschen weiterreißen und alles mal inspizieren, ja. Ja, tu das. Viel Erfolg dabei. Jetzt gehe ich mal zu der Mutsmutter. Ah, da ist ja die Mutsmutter. Genau, die Mutsmutter. Das ist die Biggie. Und das ist auch die... Ah, da ist ja auch der Mutso direkt dabei. Ja, das ist Mutsmutter. Da geht es ja auch um die Wurst. Was gibt es denn hier allerlei zu essen? Eine gute Wurst. Gute Wurst, ja, Thüringer Wurst. Und Mutsbraten direkt vor Muts, äh, persönlich. Und es gibt auch die leckeren Hanfburger. Ja, die habe ich auch immer gegessen, als ich noch ein bisschen größeren Magen hatte. Aber jetzt nicht mehr so. Super lecker. Ja, hier beim Galgenschmaus, ne. Die gute Seele vom Markt und persönlicher Bodyguard. Oh, oh, ja. Und die Nase kriege ich auch gleich geputzt. Das ist immer gut, ja. Das ist jetzt wichtig. Ja, das ist wohl jetzt noch. Ja, auf bald. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in voller Größe, wenn ich Pantaus Melone wieder finde. Auf bald. Tschüss. Böp, böp. Super gemacht. Und weiter geht's, weiter geht's hier auf dem großen Markt. Oh, da ist ja die Bühne. Da liegt ja allerhand Müll rum. Ja, das, manche denken, das wäre Müll. Aber ich glaube, das gehört dem Phloxor Gnollf Woblin. Phloxor Gaukelt. Oh, er hat hier schon alles vorbereitet. Ja, vielleicht könnte ich auch mal mit dem Zeug jonglieren. Oh, eine Piratenkiste. Oh, nochmal Müll. Und da, da sind ja Schwerter, Schwerter, was der alles hat. Ich hoffe, das sehen wir später nochmal direkt in Aktion. Ah, da sehen wir auch das Bild von ihm. Ah, genau, da ist er ja. Da rennt er überall rum. Ja, da gehen wir mal weiter zum Gaumenschmaus. Oh, und hier gibt's ja haufenweise Saufen, Saufen. Viel Getränke, viel Getränke. Da muss ich mal reinschauen hier. Ach, da sitzen ja drei weiche Eier in einer Reihe. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich mache hier Mittelaltermarkt, Weihnachtsmarkt TV. Und ich wollte mal erfragen, was gibt es denn hier zu sauve? Ja, die leckersten Fruchte, Bärenweine, Honigweine, Schnäpse und Geköre, wenn's mal kalt wird. Ah. Warm machen oder zu kalt genießen. Ja, gibt es auch so eine... Zaubern oder zum Verführen. Ah, zum Verführen. Also gibt es dann auch Unverführen? Ja, Vertrauenlecken. Ah, ja. Das heißt, hier kommen dann die ganzen Leute, wenn sie mal richtig einen hinter die Binde gießen wollen. Hier, ganz genau. Dann die Klatsche, ja. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis es ein bisschen dunkler wird. Die meisten wollen dabei nicht gesehen werden. Und dann kommen sie zu ihrem Apotheker und dann holen sie sich ihren Wein. Ah, so auf Rezept. Genau. Das heißt, dann können wir auch zu dir gehen. Zu Hause dann, ja. Ah, das ist ja wunderschön. Und was für ein Riesensortiment. Also wenn ich das jetzt alles trinken würde mit meinen kleinen miniaturisierten Magen, dann wäre ich wahrscheinlich inkontinent. Sehr inkontinent. Ja, sehr inkontinent. Ja, das ist sehr schön. Dann werde ich jetzt mal weiter gehen zum Käse-Stand und mal schauen, was es dort noch alles gibt. Oder erst mal den Fisch-Stand. Da drüben gibt es ja noch Fischli, Fischli. Auf bald. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, da gibt es Fisch beim Verleinix. Den kenne ich aus den Asterix. Verleinix-Fischbräterei. Ja, ein wunderschönen guten Tag, werter Karl-Geschorener Leibeigner. Ich bin der Gaukler von letzter Woche und ich habe gedacht, ich komme jetzt einmal hier und tue mal alle instruieren oder inspizieren, was Sie jetzt hier alles machen. Was für ein Fisch befindet sich denn jetzt gerade auf dem Feuer? Auf dem Feuer befindet sich eigentlich gerade gar kein Fisch. Oh, stimmt. Ja, jetzt, wo ich es sehe. Es befindet sich am Feuer. Am Feuer, neben dem Feuer. Das Ganze nennt sich Flammenlager. Das wird quasi indirekt nur durch die Flammen der Wärme gegart. Ah, das heißt so langsam auf kleiner Flammen. Genau, langsam. Nur durch die Strahlungswärme, was die Flammen ausstrahlt, habe ich ja natürlich hier verschiedene Wärmezonen. Ah, ja. Gibt es das? Die Wärmezonen tue ich mit meiner Hand testen, indem ich im gleichen Abstand die Hand reinhebe, anfange zu zählen und dann merke ich, welche Hand am schnellsten warm oder kalt wird. Ah, ich dachte, das macht ihr extra, weil euch kalt ist hier auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Nö, dafür habe ich halt eine schöne Fell eigentlich. Ah, ja, genau. Ja, ich auch, genau. Das machen wir jetzt erst mal. Hallo, Larissa. Oh, ich bekomme immer schöne Küsse hier von wunderschönen, galockigen Frauen. Du hast doch aber eine schöne Nase. Äh, ja, ja, die Nase, die läuft ein bisschen, aber ich bin nicht läufig. Diese kleine Glotzebüppelchen. Äh, Glotzebüppelchen. Glotzebüppelchen? Ja, zieh mir doch nicht so an meinen Dreads, meine Haare. Oh, ja, ja, da fliegen mir ja die Augen aus. Da hast du aber lange dran gearbeitet. Ja, ziemlich lange, ziemlich lange. Das war, das war die Margitröm. Geil, so heißt die, glaube ich. Ja, ist ein wunderschöner Tag. Und du, du riechst auch gar nicht so nach Fisch. Doch, ich riech total nach Fisch. Ich habe aber gestern geduscht. Oh, ja, ja. Ich glaube, da muss man woanders riechen. Du Schweindol. Nein, nein, nein. Nein. Wie heißt du eigentlich für Saubär? Ich bin der kleine Flobold. Ich habe Pantaus Melone aus Versehen gefunden und habe sie dann versucht. Ja, ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Flobold, du frecher Kobold. Ja, so. Ja, ja, Baby. Schau mir in die Augen, Kleines. Mach deine kleinen Klotzebäberle auf. Zu. Auf. Zu. Ja, so in der Richtung. So mache ich das. Auf jeden Fall, Hauptsache schräg. Oh, schon wieder Batterie leer. So, jetzt hier, oh, da, da, man macht das lange mit dem Stock hier rum. Das ist das beste Käsebrot, das es je auf dem Platz gibt. Ja, und da gibt es viele, viele Zutaten. Viel, was man auch da noch reinmachen könnte. Und das ist der Heizstrahl. Ja, der ist natürlich jetzt gerade inaktiv, weil so viele, oh, da kommt ein einsamer Wandersmann. Ich denke mal, das ist der Richtige, der heute hier das Käsebrot. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid der Käsebrot, Mann. Ja, was ist das? Ein Waldschrad. Ein Daniel. Oh, ich war schon wieder abgelenkt vom Käsebrot. Ah, da ist ja der Glücksrad, Mann. Der Mann, der nur am Durchdrehen ist. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Glücksrad, Mann. Alter Hippie. Ja, ja, man meint deswegen den Zotteldreads. Aber das ist alles nur Tarnung. Die vielen Edelsteine. Also hier kann man richtig durchdrehen und dann bekommt man ein Geschenk. Oder wie ist das? Ja, den allerschönsten und besten an diesem magischen Zauberrad. Ah, okay. Und was macht die jetzt im Moment? Umstehen und auf Kundschaft warten. Seid ihr ein Kunde? Äh, ich weiß nicht. Kundigunde, bist du da? Nein, Kundigunde auch kein Kunde. Oh, ja, das ist die Lagerfeuerstelle von... Oh, ah, ja. Nein, ich bin ein Magier. Der andere Flottchen, ja. Und da, da kommt wieder einer mit einem einäugigen Zyklop. Und jetzt muss ich doch mal hier über die Schulter schauen, was hier genau passiert. Oh, ja, da wird mir gerade was erklärt. Ja. Aha, aha. Das ist immer sehr gut, wenn man hier zuhört. Da kann man viel, viel lernen. Viel lernen. Und die Leute schreiben auch immer mit. Wie im Hörsaal, wie im Auditorium. Das ist ein Kaliwasserglas. Ah, Kaliwasserglas. Das ist was ganz Neues. Das ist eine Flüschenmalerei. Vorsicht, nicht erschrecken. Sehr gut. Nicht ganz mittelalterlich, eigentlich erst zum 17. Jahrhundert. Genau. Ah, das ist sehr interessant. Da werde ich mal erst mal bei Frau Mutterin vorbeischauen. Er macht mir einen sehr seriösen Eindruck. Das ist ultra seriös. Da werde ich jetzt erst mal hier. Oh, ja, da wird was geräuchert. Oh, seid gegrüßt, werte Brigitte. Hallo, Brigitte. Was räucherst du denn da Schönes? Ich räuchere Fichtenhards. Fichtenhards. Heute ehren wir ja die Göttin Perch da. Ah, genau. Da habe ich meine Kräuterfuschen dabei und werde nachher am Feuer ein Ritual machen. Das ist der einäugige Zyklop. Ja, das ist der Thomas. Der rennt hier immer so rum mit seinem großen Rohr und gibt damit an. Oh, jetzt bin ich geblickt. Man in Black. Ah, eine Fotowand. Da kann man schöne Fotos schießen. Und dann verbirgen sich dahinter die Gesichter. Die Gesichter der vielen Leute. Oh, Nikolausi, du bist ja auch da. Heute, wunderschön, am Perchtentag. Das ist sehr erfreulich. Sehr erfreulich. Ja, genau. Hallo, hallo, Junge White. Ja, schön, dass du auch da bist. Ja, genau. Ja, das hat er schon gesehen. Ja, hat's ja schon gesehen. Hat's ja schon gesehen. Ja, gucken wir mal hier. Hm, hm, da. Darfst du mal da hochrennen? Dub, 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 dup, dup, dub, dup, dup, dupdub, dup, 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 Jetzt geht es diese Treppen hier hoch. Ah, und da hinten. Da seht ihr den kleinen Mutzbold. Ja, ja. Eine Mutzprobe. Wollte eine Mutzprobe hier bestehen? Tatsache, schneidet das Brot auf. Schneidet das Brot und verteilt es unter den Armen. Trepp auf, trepp ab. Und was sehen wir hier? Ah, da ist ja die kleine Körpermalerin und Hellseherin und Musikmacherin und Anfeuererin. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Was machst denn du hier? Anfeuern. Äh, äh, außer frieren und anfeuern. Malen. Malen? Oh, jesses. Ah, ihr habt euch schon voll... Das ist ja unglaublich, dieser Schwung, diese Linienführung, dieses Allerlei, was es sonst noch so gibt. Also ihr seid eine wahre Kennerin eures Fachs, ist das richtig? Das ist ja nicht wahr. Ah ja, und wie lange habt ihr studiert, um diese Kunstfertigkeit so zu erlernen? So viele Leben. Viele Leben, das heißt, ihr rechnet gar nicht in Jahren. Nein. Hör in Generationen. Aber, oh, das habt ihr aber gemütlich hier mit Kerzen, das bringt immer so viel Stimmung mit einer Kerze, ist wie beim Fußball. Ah, glücklich, Mann. Ich bin glücklich, Mann. Ja, wunderschön. Ja, hier bin ich, euer Slonmann. Ich bin's wieder. Ja, ja, Schuhe, genau. Nichts zu skeptisch. Jarosomi, Shemo. Hier in der Tschechei. Ja, hier sind wir in der Tschechei. Oh, 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 er hat mein Dings erwischt. Aber, äh, mini Slonmann. I, 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 I had the hat of Pantau, and then now I'm... Small. Small. Ja, ja, Pantau. Ja. And now I have a problem, I have to find the melon back, but there's no melon anymore. So, I, I have to look. Melon. Ja, ja, melon, melon, not melon. Ja, my wife, my wife. You're talking about my wife? You're talking about my wife? Nein. Okay. Okay. Ah, aber glücklich, Mann, glücklich, Mann, das ist gut. Und, ja, 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 da, da hüpft er auch noch. Und er hüpft hoch, das gibt Bundespunkte bei der AOK. Ja, immer weiter schön hoch. Überglücklich, überglücklich, ja, viel zu glücklich. Ja, ja, genau. Und hier ist das Riesenrad, da werden alle Kinder immer glücklich gemacht und hochgedreht und hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter und immer im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Ja, so ungefähr funktioniert das. Und ihr seid der Anschucker. Äh, ihr, ihr macht immer, oh, meine Nase, oh, 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 meine Nase, da ist ein Popel drin. Oh, 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 yes, 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 jetzt habe ich aber erst mal genossen. Ah, ja, da reden sie auch schon wieder. Unser Kreppmann, da müssen wir auch noch mal hin. Hier, ja, das ist so mich, oh, oh, ja, 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 ich kann nämlich tschechisch inzwischen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, werter Bogenbauer. Ja, ihr verkauft hier wunderschönes Kinderspielzeug, ist das richtig? Ja, es ist so, ja. Ein Kinderspielzeug, das heißt, verkauft ihr das Spielzeug ohne die Kinder oder verkauft ihr die Kinder gleich mit dazu? Ja, wie beliebt. Kinder sind gerade ausverkauft. Ah, ja, na gut, da müssen die Leute halt selber welche machen. Aber dann können sie ja bei dir das Kinderspielzeug dafür kaufen. Oder helft ihr den Frauen auch beim Kindermachen? Ja, ich wusste es doch, ihr habt so einen Bär auf eurer Brust. Ah, ja, das ist ja wunderschön. Da müssen wir doch einmal das Sortiment hier einmal begutachten. Oh, ja, da sind die Holzschwerter und die Äxte und allerlei Ritterschilder und Pfeil und Bogen und die Mützen und das hier. Äh, Werkzeugkopf? Ah, nee, das ist euer, das ist euer Betie. Ah, wunderschön, da sind ja die Kupfergoldis ja wieder. Die sind ja diese Woche da, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Die Kupfergoldis sind heute, heute hier ganz exklusiv zusammen mit dem Hannes, äh, mit dem Floxor, die, die machen da eine Gaukelshow. Ja, das müssen wir mal anschauen. Ja, erst mal, erst mal möchte ich einen Bussi von der, die ihren, äh, Balkon über die Brüstung schiebt. Nee, die Brüstung über den Balkoniert, meine ich da. Okay. Die, die, die... Oh, 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 oh. Ja, das ist der Gold, einen wunderschönen guten Tag, ja, die Arme aussehen, ja, gell, ich habe aus Versehen Pantausmelone irgendwo verschluckt und jetzt bin ich so klein geworden. Na gut. Aber ist alles kein Ding, ich habe gehört, das kann man machen, wenn man wieder auf die Toilette geht, dann kann man wieder die Wachstumsbohnen essen oder sowas, die da hat. Fleisch. Ja, die liegen da überall. Ja, Fleisch, Fleisch, ja, ohne Fleisch. Aber du siehst halt auch immer gut aus, ob klein oder groß. Oh, danke, schau mir in die Augen, Kleines. Wenn es mir nicht so viel Angst machen würde, würde ich auch länger hinsehen. Ja, ist ein bisschen erschrecklich, aber jetzt müsste ich erstmal meinen kleinen Sohn auf die Toilette bringen. Du kannst die Waffel dann vielleicht auch bei ihr, bei der Ines, ah, Ines hinlegen, genau, und dann kannst du auf die Toilette gehen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, werte Klo-Prinzessin, das Ungeheuer von Loch Ines. Ja, es ist wunderschön, wie du hier dich wieder trappiert hast. Was machst du denn gerade, Hauswirtschaftsarbeiten? Ja. Ah, das heißt, die Löcher von deinem Gatten flicken. Genau. Wenn er mal wieder seine Inkontinenz hat. Ja. Ja, seine stoffliche Inkontinenz. Ja, das mache ich so. Ja, das ist ein wunderschön. Und wie weiß euer Häubchen ist, man könnte fast meinen, ihr seid irgendwo im medizinischen Notdienst und nicht auf der Toilette angestellt. Eine stieße wandere nicht aus. Ah, so, aha, ja, das heißt, wenn ihr mal tief in dem Löchle grabt, dann zieht ihr vorher den Kopfschutz aus? Ja. Ah, ja. Und die Handschuhe an. Die Handschuhe an, die langen, ja. Die langen. Und den Taucherhelm? Ja, mal gucken, wenn da drüben einer ist. Ah, so, okay. Ein Schmied. Ah, ja. Dann schickt ihr... Dann haben die einen. Ja, aber ich habe gehört, es gibt morgen gutes Wetter. Ja. Der Mann steigt schon ganz hoch auf die Leiter. Die Affen steigen wieder, ich weiß. Ja, das ist ja wundervoll. Dann werde ich jetzt einmal euren Locus inspizieren und mal schauen, was für liebliche Düfte und Klänge da auf mich warten. Ja. Ja, komm jetzt mit, leg mal deine Waffel hin und kack mal da drin. So, jetzt gehen wir da rein, den Mittelalter-Locus. Einmal pinkeln. Oh, muss ich mal die Türklinke. Wie mache ich das? Ich glaube, ich mache die mit dem Mund auf. Mit dem Mund auf. Genau. Oh, oh, ein wunderschöner Locus. Oh, ich rieche den leichten Duft von Fekalli. Oh, mit Weihnachten. Und da. Oh, ja, da bin ich da. Wunderschön im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Gaukeler im ganzen Land? Du, mein Flubberl, du bist es. Hier ist der schönste Gaukeler im ganzen Land. Oh, da kommt ja mein Jarosu-Misheu. Und jetzt filmen wir mal das. Hier, Slonmann. Oh, tatsächlich. Er ist ja sogar männlich. Wir haben nur Kontrolle, ob ihr nicht auf die Damentoilette müsstet. Und jetzt wird er mal beobachtet. Ja, mal im Rücken. Hier ist es zu dunkel. Oh, Musik, Musik. Und jetzt filmen wir mal den Menschen, der du einmal warst. Und lebe auch dein Leben für mich. Ja. Zeig grüne Augen stillen, was du besagst. Und doch geben sie dir einen Sinn. Denn sie ist eine Rose. Die trägt ein falsches Spiel. Verfuhren ihre Schönheit. Verletzen sie kein Hür. Dein Gornel in mir. Die Herzen. Da fällst du ihren Sinn. Hat sie dich längst vergessen. Ist das nicht schön, diese herrliche Musik hier. Ja. Ja. Dann lauschen wir noch ein bisschen. Oh ja. Und idyllisch, wie das Rad sich da hinten dreht. Das Rad der Zeit. Oh, und ein Riesel? Spuck, und ein Riesel. Das mag ich. Ich bin ein Riesel. Ich bin ein Riesel. Und ein Rieselrad. Oh, stimmt. Ich erinnere mich. An der Hür. Man will sie von innen mit Dornen zureich. Denn sie ist eine Rose. Die trägt ein falsches Spiel. Verfuhren ihre Schönheit. Verletzen sie kein Hür. Die trägt Dornel in die Herzen. Da fällst du ihre Skil. Hat sie dich längst vergessen. Wenn du da anzerfliehst. Meine Rose, die Königin. Und jetzt Headbanger. Meine Dornenkönigin. La, 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 la. Und jetzt ein Solo. Ah, da muss ich gleich mal näher hängen. Ah. Spannend. So nah war ich noch nie an den Künstlern. Die alte Liede ist, was nun in mir verbleibt. Kein Licht, das erhält meinen Tag. Kein letztes Wort, das ich in diesem Leben schrieb. Keine Rose liegt auf meinem Grab. Denn sie ist eine Rose. Sie trägt ein falsches Spiel. Verführen ihre Schönheit. Verletzen sie kein Hür. Trieb Dornen in die Herzen. Verfällst du ihren Gift. Hat sie dich längst vergessen. Wenn du daran zerbringst. Denn sie war eine Rose. Sie trägt ein falsches Spiel. Verführen ihre Schönheit. Verletzen sie kein Hür. Trieb Dornen in die Herzen. Ach, wenn du siehst. Hat sie dich längst vergessen. Wenn du daran zerbringst. Meine Dornenkönigin. Schöne Dornenkönigin. Meine Dornenkönigin. Lass mich ziehen. Jubel, Jubel, Jubel. Ich schmelze dahin. Oh ja, ist das Gott, was es sie alles gibt. Das ist ja unglaublich. Zinsspielzeug, Zinssoldaten. Und hier sind arme Handschuhe, Münzen, Edelschmuck und handgeschmiedete Gewandnadeln. Und sonstiges Messer. Morgensterne. Also hier, wenn ihr mal einen Krieg anfangen wollt. Ich glaube, dann kommen wir hier nach Pforzheim in die Tschechei. Und da gibt es allerlei. 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 Ah ja, und die Esse ist auch angemacht. Der Schmied, der haut an seinen Hämmerchen immer hin und rauf. Das ist unglaublich, dem Schmied bei der Arbeit zuzuschauen. Hier, die Kohlen werden angefeuert und heiß. Und da oben dampft es aus dem Schornstein heraus. Eine Mordshitze, die da erzeugt wird. Mord, die Hitze. Unglaublich. Da werden Temperaturen erzeugt, die heiß genug sind, um das Metall zum Schmelzen zu bringen. Ah, da kommt er auch wieder. Hallo, ein Wunder, schönen guten Tag. Hallo, glücklich, Mann. Genau, alle glücklich. Immer, immer. Überglücklich. Ja, das ist so, mich schämen. Ja, genau. Oh, da fliegen die Kinder hoch. Hoch und runter. Und die drehen total durch, total am Rad. Und es ist ja auch richtig mit Sicherheitskonstruktionen, dass ja auch die großen Kinder da reinkommen. Ah, ja, genau. Hier. Hier. Hallo. Hallo, Kinder. Seid ihr am Durchdrehen? Ah, ja, hallo. Hallo. Ich gehe mal kurz da. Und da, da ist Naschis reich. Naschis reich. Oh, einen wunderschönen guten Tag, Naschi. Hallo. Hallo. Hallo, Hallöchen. Du hast ja schöne Haare. Ja, und auch schöne Augen. Ich kann denselben Blick wie du. Guck. Ja, fast, fast zumindest. Ich habe mir Mühe gegeben. Naschi, was gibt es denn bei dir zu Naschis? Oh, mein Rad, mein Rad, mein Rad, mein Rad, mein Rad, meine Haare. Oh, sie will nur gucken. Ein kleines Küsschen auf die Backe. Du bist einfach kurz irritiert von deinen hübschen Haaren. Ah, ja, ja. Meine Rasta, Rasta. Ja, ich habe aus Versehen Pantauns Melone geschluckt und jetzt bin ich so klein geworden. Und was ist mit deiner Nase passiert? Meine Nase. Meine Nase, ich glaube, die hängt da noch da oben irgendwo quer, fällt ein da drin. Also, ich muss erst mal alles sortieren hier. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie ich das alles hier anpacken soll. Aber Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Also einfach nur in klein. Ja, genau. Aber dieselben Augen. Ja, dieselben Augen. Auf deiner Schulter sitzen. Ja, das ist ja wunderschön. Ja, man hat einen tollen Ausblick von hier über den ganzen Markt. Ah, ja. Und das ist so kuschelig hier. Ja. Dann könntest du quasi mit mir, mit mir, oh, oh. Oh, ein Kusschen. Da könntest du mit mir über den Markt. Aber nur auf die Bäckchen, ja? Ach so, ja, nur auf die Bäckchen, ja. Nicht auf meine schmulstigen, pfuseligen Lippen. Da sollte man lieber ein bisschen Hypo-Grass reinfüllen. Hypo-Grass? Ja, das klingt irgendwie über-Grass. So, ja. Sehr schön. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Sag mal. Ja? Aber wenn du jetzt so klein bist und deine ganzen Jonglier-Gegenstände noch so groß... Äh, ja, das ist ein Problem. Wie machst du denn das? Ich muss unbedingt Pantaus-Melone wiederfinden. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Ah, damit du wieder groß wirst? Ja, genau. Da hab ich ein Problem. Aber ist es nicht toll, auch so klein zu sein? Man kann dich zwischen den ganzen Beinen hindurchschlängeln und man kann den ganzen Leuten die Schuhbindel zubinden. Ja, jetzt, wo du es sagst. Du bringst mich auf Ideen. Vielleicht kannst du die Melone ja finden, indem du die Schuhbindel der Leute zusammenbindest und der, der sie hat, der stolpert und es fällt ihm aus der Tasche. Au, ja, das ist eine gute Idee. Das werde ich gleich mal probieren. Na klar. Dann spring ich mal los. Okay. Und tschub, 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 tschub. Tschüss. Tschüss, bis bald. Bis bald. Und das nächste Mal trinken wir mal Gin oder sowas. Ja, wenn du davon nicht noch kleiner wirst. Ah, ja. Aber ich möchte auch noch einmal ganz kurz reinschauen. Ist da jemand in der Badewanne? Gerade ist gerade nur so viel. Nein, du kannst reinkommen, weil gerade ist so viel Wasser eingelassen, dass sogar du baden könntest. Ah, könnte sogar ich baden. Na dann, dann muss ich mir das mal anschauen hier und was es da alles zu trinken gibt. Oh, das ist ja eine schöne Taverne und so schön ausgeleuchtet und so laute Musik. Und da, da ist der Riesenzuber. Da bekommt man sogar die Getränke direkt ins Wasser hineingeliefert. Und der Wasserspringbrunnen, er spritzt da alles raus. Oh, mit Schaum. Oh, Blubberbade. Richtig viel Schaum. Oh, ich liebe Blubberbadewasser. Oh, jetzt habe ich aber irgendwas auf der Nase. Oh, das Kitzel. Tschüss. Boah. Das war merkwürdig. Oh. Also ich trage den immer ganz gerne als Accessoire. Ja, das sieht auch bei dir besonders lustig aus. Warum immer rote Nasen? Man kann ja auch weiße nehmen. Ja. Du bist ja ein Schaumschläger, du, Naschi. Oh, und die Lotusblume direkt im Zentrum, hier auf der Seeroselle. Ich glaube, ich muss mal wieder das Wasser ein bisschen erhitzen. Ansonsten warten wir uns noch eisig kalt. Ja, gut. Dann werde ich mal hier noch einmal in den Zuber schauen. Oh, das ist ein riesiger Zuber. Wie viele Leute haben denn darin Platz? Wenn die so groß sind wie du oder wenn die so groß sind wie ich? Nein, wenn die so groß sind wie du. Also letztes Mal waren wir elf Frauen in diesem Zuber. Elf Frauen? Da hätte ich ja auch noch einen Platz gefunden. Aber leider war da die Tür schon zu beschwert. Ah, schade. Aber normalerweise so sechs bis acht. Sechs bis acht. Von denen. Von denen, ah ja gut. Und wenn du mit deinen Freunden kommst und die alle, die Melone gegessen haben, Ich glaube, dann könnten wir sogar zu hundert. Einhundertelft. Hundert und elf. Oh, Frauen. Jungfrauen. Nein. Nichts Paradies. Die Zeiten sind vorbei. Ach so. Ich dachte, wir sind im Mittelalter. Ah, huch. Da sind wir doch da gelandet. Na gut. Dann. Oh, da ist Kundschaft. Na, dann werde ich mal weiterreisen und mal schauen, was es da unten noch alles zu sehen gibt. Auf bald. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, oh, da ist ja auch ein Lagerfeuer. Nochmal eine Feuerstelle. Und hier sieht man über den ganzen Mittelaltermarkt vom Blumenhof, sieht man alles und wie die Leute durchdrehen. Ja, und dann springe ich jetzt noch einmal hier in die Mitte. Einmal herum. Ah ja, die Klampfe, Klumpfe, Klimpf, Klampflumpf. Oh ja. Ja, wundervoll, wie Arne trumpft. Ja, das ist schön. Wollen wir jetzt aufziehen? Ah, glücklich, Mann. Immer schön am Durchdrehen. Ihr seid so hoch erhoben. Und was es hier alles zu sehen gibt, das erfahrt ihr im wenigen Augenblick. So, weiterlaufen. Oh, ja. Und hier. Ja, kommt nur mit. Kommt nur mit. Hier geht's weiter. Hier. Ja, da ist der wunderschöne Stand mit den Kerzenzieher. Genau. Und die Kinder laufen dann einmal ums Lagerfeuer da hinten rum und dann laufen sie wieder hierher. Ah, ja. Seid gegrüßt, werte Recke. Ihr habt hier. Ja, ich bin der Flohbold. Ich habe aus Versehen Pantaus Melone geschluckt. Und jetzt bin ich etwas miniaturisiert. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dann einmal hier auf dem Mittelalter Weihnachtsmarkt heute eure Waren anzupreisen. Das ist ja lieb von dir. Toll, dass du das machst. Ja. Darf ich dir in die Hand drücken? Ein Stück Pantaus? Ja, lass uns mal. Oh, Sandelholz. Sandelholz. Kannst du das greifen? Nein. Ja, vielleicht in den Mund. Oh, es schmeckt ein bisschen höchstern. Aber irgendwie. Kannst du wieder auspucken. Ich puckst mal wieder aus. Ja, und wieder rein. Ja, das ist wirklich sehr nett. Und ihr habt ja ein mordsmäßiges Sortiment. Wie viele Kräuter habt ihr denn hier alle? Oder was habt ihr zusammenzählt? Nein, nur schätzungsweise. Also, wenn ihr eine Schätzung abgeben könnt. Vielleicht um die 40 Tees? 40 Tees? Und die 20 Gewürzmischungen? 20 Gewürzmischungen. Ja, und beim Räucherwerk sind es bestimmt auch so 40 verschiedene Räucherwerke. 40 verschiedene Räucherwerke? Ja, und Räucherstäbchen kommen noch dazu. Die habe ich noch nie gezähnt. Keine Rung. Ja, das ist wahrscheinlich unzählbar. Das kann nur Rain Man. Ja, denke ich mir. Und die Räuchrauchkräuter, die haben ja auch alle eine Beschreibung und eine Bedeutung hier. Das muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Ich habe euch das mal genau an, ihr Zweig. Ah, so viel, so viel. Ich glaube, wäre es schön, ne? Oh, ist das der Heilige Gral? Habe ich auch gedacht, aber der kommt aus Tibet. Ah, vielleicht ist er in Tibet gelandet. Wäre möglich. Das ist der Heilige Gral aus Tibet gewesen. Da sind nämlich ganz viele Glückssymbole. Aha, reinschauen. Ja, Tatsache, ja. Ganz viele Glückssymbole aus Tibet drauf. Aha. Genau. Glückssymbole, das ist gut. Das heißt, wenn man daraus trinkt, kann es vielleicht auch sein, dass ich vielleicht wieder größer werde? Kannst du versuchen. Deine Haare sind gewachsen. Da ist nicht der Pantaumelonen-Extrakt drin. Nein, das funktioniert wohl nicht. Pantaumelonen-Extrakt, das hört sich lecker an, wenn du den findest. Bringst du mir auch einen Schluck? Ja, dann bring ich dir auch ein Schluck. Ich begebe mich auch gleich wieder weiter auf die Suche. Dann, auf bald, bis später. Bis später, ihr. Ja, tschüss. Beide rein. Ja, tschüss. Ah, und hier ist der Holzstand von den Molls. Ja, Grischan und die Kamen haben hier viele, viele Holzwerkständen. Und da ist auch unser Armleuchter, nein, äh, unser Kerzenanzieher. Ja, er zieht die Kerzen an. Ja, wie die Motten das Licht ziehe ich die Kerzen an. Wunderschön. Das sieht ja alles so aus, als wäre es mit viel, viel Liebe hergestellt. Ja, auf jeden Fall. Nur Liebe und Holz. Ja, und ist alles Handarbeit? Alles Handarbeit. Von Leuten, die ihr auch kennt? Von Leuten, die wir kennen, von kleinen Zulieferern. Ah. Von das Allermeister aus Deutschland. Aha. Und das Allermeister aus Europa. Aha. Und ein ganz kleines bisschen Olivenholz aus Marokko. Ja, das sei verziehen, ja. Lederklöppeler, einen wunderschönen guten Tag. Ja, hier im Lederstübchen. Äh, was klöpfelt ihr denn hier zusammen? Ich habe gerade nur Löcher in den Deckel gemacht, dass ich jetzt da den Riemen hinneed. Oh, da wartet ihr auch schon das Essen. Ja, dann müsst ihr euch erstmal nochmal einmal stärken. Dann gehe ich mal zu dem Zinngießer weiter und such da nach Pantaus Melone, ob ich sie wieder finde. Oh, der Zinngießer mit den Schachfiguren. Ja, seid gegrüßt, ihr Lasse. Man merkt, dass ihr aus einer Puppenspielerfamilie kommt. Aha. Das sind ja wunderschöne, filigran gearbeitete, edelste Teilchen. Ah, und das ist die Zinngussplatte. Hier wird Findus mit Zinnguss. Wunderschöne, edle Teilchen. Oh, und nur 8 Euro, das ist ja geschenkt. Da muss ich mal schauen. Für Handarbeit. Ja, also liebe Leute, wenn ihr jetzt hier auf dem Mittelalterweihnachtsmarkt kommt und dann noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann nehmt das Silber in die Hand und zückt eure Geldkarte und schmeißt es hier hinein. Nein, nicht hier, in seine Taschen. Ja, genau. Ja, so soll es sein. Ja, dann werde ich mal weiterschauen, ob ich Pantaus Melone vielleicht im anderen Stand nebendran finde. Aber am wahrscheinlichsten ist es bei den Filzern. Bei den Filzern? Ja, bei denen ist der Filz ganz dick. Dann gehe ich mal da rüber. Auf bald, ja. Ah, da ist so viel Fell. Danke, Schwurz. Ey, Jungs, macht hier keinen Scheiß. Leckerer Süßkram. Früh übt sich, wer Diabetiker werden will. Ah, da ist ja auch der Händler des Süßkrams. Hallo, seid begrüßt. Ich kaufe ein Mandelgebäck, wollte mal was probieren. Feines Mandelgebäck, ja, also ich esse eigentlich immer nur Fussel. Aha, mit allen Sinnen werden wir hier. Und ich denke, wenn ihr das probieren wollt, dann kommt ihr einfach selber auf den Mittelalterweihnachtsmarkt in Pforzheim und schnabuliert ein bisschen da von den leckeren Spitzereien. Ah ja, und der, der die gleichen Haare hat wie ich, das ist ein Filzwurm. Der heißt sogar Filzwurm. Der hat sich nämlich das in seinem Personal, das war es sichern lassen. Und er macht hier kleine Voodoo-Puppen. Kleine Voodoo-Puppen. Ah, oh, das ist nicht kinderfrei. Doch, ist das für den weiblichen Gebrauch. Für den weiblichen Gebrauch, ach so, ja. Es soll ja schön kuschelig sein. Im Winter gleich. Das ist ungefähr so lang wie meine Nase. Eben, so wie die Nase des Mannes. So sein Johannes. Ja, genau. Ah ja, und hier dein Eheweib. Oh, der Eisfelzer ist wieder offline. Ja, der kann jetzt gerade nicht. Ah, da wird trocken gefilzt. Das ist die trocken... Hier, wir haben Kinder gefilzt. Kinderfilzer. Ja, Gott sei Dank trocken. Ja, sehr trocken, richtig trocken. Das können die auch von oben regeln. Genau, das Nassfilzen, das ist immer so peppig und klebrig. Da wird dann schön gefilzt. Hallo, Claudia. Hallo, du bist eine kleine Mäuschen. Ah, das ist ja wunderschön, Claudia. Und du filzt hier den ganzen Tag, hockst immer auf der Kinderbank und filzt. Ich tue immer Kinderfilzen. Ah ja, gibt es die Kinder dann dazu oder die Wolle nur allein? Nur die Wolle. Nur die Wolle. Also die Kinder müssen wir selber machen. Genau. Deswegen macht ihr... Ah ja, deswegen macht ihr... Ja, das ist ja wunderschön. Und wie lange filzt du denn da pro Stunde, bis die deine Griffel abfrieren? Das kommt auf die Außentemperatur drauf an. Auf die Autotemperatur? Ja, auf die Autotemperatur. Ah ja, das heißt, ihr nivelliert das alles hier mit diesem Feuer... Feuerding. So sieht's aus. Wir haben dann immer die Feuerrunde hier. Mit unserem Benzin. Ah ja, das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Also die Claudia, die weiß noch sehr viel zu berichten. Und vor allem, wie geht das mit dem Filzen? Und wie schafft man Meisterwerke wie die, die ich euch jetzt gleich zeigen werde? Ich werde mal darüber wandern. Oh ja, hier einmal über die Hackschnitzel. Und jetzt da weiter rüber. Oh, schaut euch das mal an. Da sind Smiley-Buttons, Hüte, wundervolle Hüte mit Zipfel oder ohne Zipfel. Und was die jetzt hier alles macht, schaut euch diese Sachen an. Die Hüte, gut behütete und bekleidete und kleine Filzwürmchen, Spermien oder sowas in der Art. Ja, also hier wird man auf jeden Fall fündig, wenn man irgendetwas Exotisches oder äußerst brauchbares hier brauchte. Ja, da werde ich mal weiterschauen. Hier mal der Elefant in die Keramikwerkstatt. Ah, da ist ja wieder die Claudia, genau. Toppe, du siehst so komisch aus. Ja, der Eiszepf ist leider erfroren. Ach so, habt ihr ihn eingefroren. Dann müsst ihr zu dem Eispickelmann, zu dem Cocktail-Dinger. Ah ja, aber ist trotzdem sehr idyllisch hier mit dem Lagerfeuer und wunderschöne Sachen, die es hier alle zu gibt zu machen. Ja, dann gucke ich nochmal hier. Ah ja, hier gibt es die Crepes, Nutella Crepes, türkische Tees und Chai Mokka Latte. Und hier ist auch schon der Erik und der macht gerade einen wunderschönen Kaffee mit Sprühsahne oder sowas. Mit Lemumbre. Mit Lemumbre, ah. Ja, für die Holtenmeinen. Und da ist auch der Ofen, ein Ofen, ein richtig heißer Ofen. Und da in dieser Teestube, da fühlen sich die meisten auch gerne wohl. Da kann man sich mal so richtig aufwärmen bei dieser Eiseskälte hier auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Und jetzt gehe ich mal hier über diese Brücke am Quai. Ah, da geht es rein in die Teestube. Über diese Brücke muss man gehen. Und dann werden wir die Leute wiedersehen. Jetzt schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, was es hier alles gibt. Ah, ja, hier sehen wir ihn auch schon. Oh, da kommt ja doch der andere Gaukler. Ja, seid gegrüßt, werter Flock-Sorgenolf. Oh, ja, er sieht ein bisschen fertig aus. Okay, oh, krank, hier ist es Gott. Oh, da machen wir mal Kamera auf und tun ihn kurz kurieren. Hier sind wir auch schon. Da ist er ja, der Grabsteinmaler. Oh, das sind miniaturisierte Grabsteine. Die würden ja auch zu mir passen. Ich brauche nämlich keinen so großen Grabstein. Grabstein-Bauer. Du siehst eher aus wie so ein Maler irgendwie. Ein normaler Weiß. Ja. Mit Weiß. Ein normaler Maler, maler Maler mit Weiß. Ach so, ich habe dich nicht gefragt. Darf ich dich filmen? Ja. Darf ich dich immer noch filmen? Ja. Darf ich dir auch Fragen stellen? Ja. Oh, das ist ja wundervoll. Er ist ja richtig kooperativ. Unser werter Grabstein-Hauer, äh, Bauer, äh, Mauer, äh, Rauer, äh, Kauer, Kauer, Grabstein-Kauer. Nun, äh, werter Grabstein-Kauer, äh, was sind das für Steine und warum malst du die an? Dass die bunt sind. Ah, das ist eine interessante Vorgehensweise. Normalerweise kacke ich dann immer drauf. Nein, das ist alles kackbraun. Und hier, hier sehen wir den Gaukler. Das ist der Flock-Sorg-Neufrundling. Das ist dann grad nicht so gut, aber auf dem rechten Ohr höre ich grad nix. Noch nicht mal Applaus. Ah, ja. Ah, plass laus, plass laus. Nee, Leute, gar nicht für. Gar nicht für. Aber jetzt. Eine absolute Weltsensation. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Der Teufel starb. Jetzt kommt gleich was. Auf einem Bein mit einem Auge, einem Ohr und nur einer Hand gespielt. Ach, das steht tatsächlich nur auf einem Bein. Ja, unglaublich. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Der kann's halt. Der kann's halt. Jetzt kommt ein wirklich, wirklich gefährlicher Trick. Ja, schau mal weiter. Dieser Trick ist besonders gefährlich für das Gemächt des Gauklers. Oh, äh. Wenn dieser Trick schief geht, dann seht ihr nie wieder. Den gefährlichen Teufelsstab. Das ist ja unglaublich. Wie macht ihr das? Den gefährlichen Teufelsstab. Den gefährlichen Teufelsstab. Achtung, der Teufelsstab. Dreht, 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 dreht. Unter den rechten Beinen hindurchgespielt. Und, hopp, oh, oh, hoch. Und, hopp, oh, hoch. Und, hopp, oh, hoch. Und, hopp, oh, hoch. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Hopp, hopp, hopp. Er dreht, oh, oh, dein Bein durch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Also hier sieht man ja wirklich allerhand. Oh, 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 oh. Wollt ihr noch einen ganz bescheuerten Trick sehen? Ja. Okay, ich formuliere die Frage anders. Wollt ihr noch einen ganz bescheuerten Trick sehen? Ja. Also gut, dieser Trick ist besonders bescheuert für mich. Denn wenn der schief geht, kriege ich das Feuer voll in die Fresse. Das wollt ihr doch nicht, oder? Ja. Wir sagen immer ja. Wie uns berechtigt denn dieser Kinder-Strechende? Also dieser Trick hat doch einen ganz besonders mittelalterlichen Namen. Der heißt nämlich die Kreissäge. Und der sieht in etwa so aus. Oh, 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 das sieht aber gefährlich aus. Er kriegt das volle Kanne gleich in die Fresse her. Oh, jetzt, jetzt drehst du schneller. Oh, ja. Unglaublich, wie er das macht. Ja. Und jetzt? Und jetzt lutscht er das bestimmt gleich. Achtung. Jetzt komme ich zu einer weihnachtlichen Nummer mit dem Titel gebrannte Mandeln. Was für Titten? Ah, oh. Ah. Lecker. Das sieht gut aus. Ich glaube, macht er das? Macht er das wirklich? Macht er das nicht? Oder macht er das? Oh. Je näher das Feuer kommt, desto kleiner wird die Fresse. Ah. Kann ich das wirklich machen? Ja. Ja. Also, ihr habt es nicht anders gewollt, wie jeder vernünftige Gaukler. Lösche ich nun dieses Feuer mit meinem Mund. Auf drei. Ich dachte, mit Vernunft. Drei. 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 Ah, er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. So. Er hat ja noch Atem. Oh, während reiches Volk, wollt ihr noch eine Nummer sehen? Ja. Ja. Da will er jetzt eine schieben. Hier ist sie. Nummer eins. Ah. Das ist eine dunkle Ziffer. Aha. In einem Pforzheim ist die ziemlich hoch. Eine Eins. So, und jetzt komme ich zu einem ganz neuen Trick. Oh, eine lange Leitung. Der funktioniert im Proberaum jedes Mal. Und auf der Bühne hat er bisher nicht geklappt. Das ist phänomenal. Äh, das muss ich anschauen. Ich werde jetzt mittels meiner Gedankenkraft hier einen Knoten hinein zaubern. Achtung. Und? Meint ihr, er schafft es? Und? Werden sehen. Ist da ein Knoten drin? Nein. Nein. Äh, ja, nein. Nein, ja. Okay, mach was anderes. Ich demonstriere euch lieber die hohe Kunst der Jonglage. Ja, hohe Kunst. Ja, ist doch egal, was er macht. Hauptsache, es ist Feuer dabei. Ja. Ja, so ist das Volk. Also gut. Seht und staunet. Anzünder. Schauen, er hat sogar noch Feuer. Wie ich es verstehe. Drei brennende Feuerstäbe. Drei brennende Feuerstäbe. Oh, ja. Moment, ich muss das kurz erklären. Euer Text wäre A. Ah, ah. Gut, dass er das sagt. Also, es werden nun drei brennende Feuerstäbe. Ah. Ah. In zwei Händen. Jopar verte. 어서 aime gut mies. Ja, wie es denn? Ach. Ah. Ah. Ach. Ah. 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 Vielen Dank.